Guck mal Kasper, ich werde jetzt hier diese Ombi ohne dich machen, wie ohne mich, nein, weißt du etwa nicht, dass du meine Hilfe brauchst, ach so, ich brauch deine Hilfe, ja natürlich, du brauchst aber auch meine, guck mal oben sind die auch, ja du hast recht, okay, also geh mal da hoch, geh mal da hoch, wenn ich jetzt hier hochgehe, und jetzt aktiviere ich die hier, zack, ja, 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 ich kann die immer Feld für Feld aktivieren, also wir müssen hier nur zu, schneller, schneller, oh Gott, ja, ja, Du musst dich ein bisschen beeilen, jetzt bist du hier, glaube ich, jetzt kann ich dir oben dein Feld aktivieren, indem ich warte, mach, öffne bitte, mach auf, ach so, nee, warte, das war nur so ein Knopf, den ich gedrückt hätte, hier, glaube ich, oder, muss ich da stehen, nee, Moment, warte, es geht nicht, mach jetzt, ja, jetzt, jetzt, wirklich, oh, jibbi, jetzt müssen wir komplett diese Ombi schaffen, und am Ende, müsst ihr sogar noch, weißt du, wer wir retten müssen, wen denn, die Prinzessin, oh, du hast recht, denn wir, wir sind, Luigi und Mario, Einmal verwandelt, okay, Sehr gut, oh Gott, oh mein Gott, du musst da für mich schon irgendwas machen, ich hab doch den Knopf noch gar nicht gedrückt, du musst auch Geduld halten, ja, dann drück drauf jetzt, drück jetzt, Oh nein, Oh Mann, ich bin trotzdem Luigi, aber halt ohne Outfit, so, bist du bereit? Ja, ich bin bereit, du kannst auf den Knopf drauf rücken, okay, und los, Ey Okay, jetzt aber, und los Mach jetzt, mach jetzt Na gut, dann komm, so, okay Von mir aus, ich will nicht, dass du Mario bist, ich will Mario sein, Mario ist viel cooler Ja, ich bin Mario, Mario ist super cool Ja, der ist auch viel cooler, okay Ich bin nämlich super Mario, okay, warte, jetzt komm ich hier nicht weiter, jetzt musst du irgendwas oben machen Ja, ich muss hier, ich kann aktivieren, okay, Nummer 1 Ah, sehr gut So, Nummer 2 Nummer 2 auch sehr gut Und Nummer 3 So Alter, wir sind sehr, sehr gut Ey, das ist ja richtig cool Läuft ja wie ein Schnürchen Vorher drehen sie sogar noch so Teile, sehe ich gerade, ne Das wird noch so krass werden, glaub mir Okay, du gehst diesen Weg, okay Ja, dann kannst du links gehen, jetzt kannst du einfach rüber gehen Ah, und jetzt aktiviere ich hier, ja Ah Und jetzt musst du mir aktivieren Korrekt, korrekt Ey, das ist ja mega, mega cool Und, zack Was ist da? Ich will doch auf uns zukommen, ne Was ist da alles? Danke, jo, was ist da alles, ist ja richtig krass Okay, so, Checkpoint Und dann, zack, den Checkpoint gegönnen Jetzt müssen wir immer zusammen hier Zack, zack 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 Sehr gut Oh Gott, beeil dich, sind uns verschwindet die Oh, Alter Oh Was ist denn ein Quark da jetzt? Oh Oh, oh Gott Oh mein Gott Oh Gott, du hast recht Ja Das ist ja mega cool Sehr gut, sehr gut Ey, weißt du, was ich mich gerade frage? Was dann? Was machen wir, wenn du es jetzt hier schon geschafft hast und den Checkpoint hast Und ich da drüben noch festhänge Stimmt Weißt du? Das kann man ja nur zu zweit schaffen Das dürfen wir gar nicht ausprobieren Das ist halt echt so zu zweit Also wir dürfen echt nicht drauf gehen Okay, danke, ja Ja, wir dürfen echt nicht drauf gehen Ah, äh, perfekt Du sagst es noch und ich schläge runter Hey, und du gehst einfach drauf Aus Versehen Okay, nochmal hier Muss ich jetzt hier irgendwas machen schon? Ja, zack So Okay, sehr gut Mann, du warst zu langsam Du warst zu langsam Ah Nochmal jetzt Nein, noch nicht raufspringen So, jetzt Pass auf, wir jetzt können es raufspringen Okay Und jetzt können wir hier schön einfach hochspringen Jawohl Ah, okay, okay So, zack Und weiter Und jetzt hast du Korrekt Ja Jetzt hab ich dir das, glaub ich, auch gemacht Jetzt mach ich dir den Weg auch Ja Und du siehst auch, dass die Sachen da immer schwieriger und schwieriger werden Naja, das wird auch immer schneller und immer schneller Ja, danke Ja, danke Jetzt hier Ja, okay Ja, okay, es wird auch zeitlimitmäßiger Okay, ich hab's gemerkt Mach auf hier Ich bin trotzdem noch Mario, mein Herz Ich muss raus Hä Du kannst rüberklettern Oder außen rumspringen Nein, geht nicht Als wenn ich außen rumspringen Und gesagt Hä Hä Was war das denn Oh mein Gott, die Wand hab ich einfach abgesperrt für dich oder so Hä, keine Ahnung Auf jeden Fall war es krass Was ist denn das jetzt hier alles Ah Äh, okay Hier kann man nichts machen Du musst Also einer muss hochgeben Und einer oben Hä Hier, komm mal Wir müssen uns so hinstellen Ach so Und dann so Räuberleiter Stimmt, oh mein Gott, korrekt Danke Alter Und jetzt Warte mal, oh mein Gott Du musst mich alles aktivieren hier Du musst jetzt Warte, tschüss Mach ich, mach ich Genau, lauf, lauf, lauf Oh Gott, oh Gott Oh, ich hab's, ich hab's Und jetzt kann ich dir das hier aktivieren Ja Ja, jetzt bin ich auch Oh mein Gott Ey, das macht wirklich Spaß, Alter Das macht echt Spaß Jetzt musst du ein bisschen mitknobeln hier, ne Ähm Willst du da rein? Okay, so Und rauf mit dir Sehr gut So, und jetzt muss ich hier glaube ich rüber gehen Ja Dann kann ich dir gleich da vorne Auf den Knopf drücken Auf den Knopf drücken Okay, bist du bereit für den Knopf? Ja, ich bin bereit Oh, los hier Du hast Zeitlimit Oh mein Gott Oh Gott, oh Gott Wieso ist das so ein langer Weg? Wieso ist das so Der hört ja gar nicht auf Drück den Knopf Oh Gott Oh Okay, alles, alles gut Alles gut Okay, okay Was ist hier? Zack Hier Hä? Es hat aber grün geleuchtet bei mir Deswegen hätte ich gedacht, wir können rüberspringen Ja, aber es war durchsichtig Guck mal, jetzt können wir den hier machen Ja, ja, okay So, zack Von einem zum nächsten Äh, was machst du? Was hast du gerade gemacht? Hä? Du bist da bei mir Du bist da bei mir einfach runtergefallen Ohne durchzuspringen Ja, ja, ich bin da auch gerade runtergefallen Okay, jetzt komm Oh, Mann, ey Du musst hier mal schneller drücken Du brauchst ja Du musst auf mich warten Langsamer als ein Rentner hier Okay, los So, jetzt hier Zack Also du bist hier der Rentner Gar nicht, zack Guck mal, wie lange du brauchst Zack Du bist da schon dreimal wieder Weihnachten Zack Ja, mach doch mal schneller Hallo Ja, hallo Mach doch mal Du musst mich mal ein bisschen beeilen jetzt Guck mal, ich spring schon Oh Gott Nein, du unkorrekter Hund Der letzte Oh mein Gott, ich hab den Checkpoint jetzt Hä? Und was ist jetzt? So, ich bin wieder zurückgekommen Ja, korrekt Jetzt können wir das endlich zusammen machen So, zack Hier Jo, springen Komm, wie lange du so aus Was denn für wie lange ich brauch? Du brauchst viel zu lang Und jawoll Und Checkpoint Endlich Okay, das war schon nicht einfach Du musst jetzt hier Ja, ich hab ja zahlen Oh Gott Zack, Nummer eins Das war's Ja Zwei geht zu zwei Warte, warte, warte Zwei, ja Oh Gott, der Laser dreht halt so schnell Oh Gott Drei, ja, hab ich Okay, drei hab ich ja auch jetzt Oh Gott, vier hab ich auch Vier Oh Gott Okay, aktivier Aber nicht auf Checkpoint Nicht auf Checkpoint Nicht auf Checkpoint Okay Ja, ja Wer weiß, ey Was denn auf Checkpoint Und das wird jetzt schwer Ja, ich mach Nummer eins Oh Gott Zack So Ja, aktivier mir, aktivier mir Ja, korrekt Oh, yep Du musst dich aktivieren Ich aktiviere, zack, aktiviert Woppa Okay, ich bin ruhig gesprungen Oh, ja, ja Ich komm auch Oh Gott, das ist knapp, Alter Ich weiß, sag doch Oh mein Gott Ja, es ist so knapp Okay, ich auch Ich komm rüber Oh Gott Okay, sehr gut Wir haben beide geschafft Okay Dann, äh Jetzt hier das gleiche So hochspringen Müssen wir uns ein bisschen absprechen So, zack Ja Zack, zack Ja, hier hoch Bam Bup 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 Korrekt, danke Oh, die unten lösen sich schon auf langsam Wir müssen ein bisschen versputten Ich weiß, die unten lösen sich auf Nein Hast du schon? Nein, nein Ich bin runtergefallen Oh mein Gott Jetzt Du auch? Ja Jetzt Nein, du hast mehr Oh, der ganz oben ging nicht Nein, nein, Bro Nein Ich hab mir ein Checkpoint schon geholt Kannst du nicht runterspringen oben? Doch Oh mein Gott Ich hatte so Angst gerade schon Gott sei Dank Unter uns des Dingens, ne? Ist kein Glas oder so, ne? Ne, ne, genau Also ich bin aber immer oben Irgendwie war der weg direkt oben Oder du hast ihn mir noch nicht aktiviert Ich weiß nicht So Oh ja Zack Das war auch wieder ein bisschen late, ne? Du brauchst ein bisschen lange, hab ich das Gefühl hier Mach mal ein bisschen schneller Jetzt brauch ich gerade ein bisschen vorsichtiger Aber ich hab schon den Checkpoint Hier Oh Alter, das war schon wieder ganz knapp gerade Ne, war nur noch gar nicht ready Da war schon wieder ganz knapp Okay, okay So jetzt hier die Seite Lass mich hier rüberspringen Ja, ich aktivier dir Bam Woppa Aktiviert Aktiviert Und Und aktiviert Korrekt, danke Jetzt kann ich hier hochgehen Du noch nicht Hä, doch Ich kann auch hier hoch Achso, okay Du musst jetzt auch aktivieren Da musst du mir jetzt helfen Dann kann ich dir jetzt aktivieren Danke Ja, pass Ey, das ist so cool das Ding, ne? Ich sag dir, Alter Ich kann mir auch das mit keinem vorstellen Außer mit dir hier Ja Ich auch nicht Ich auch nicht So Wir machen ein gutes Teamwork Sind wir beide drüben Da vorne Alter, das sind ja auch noch krass Sachen Oh Was machst du da? Oh mein Gott Ich bin echt losgepast Alter Ich bin hier wie ein Profi unterwegs Meinst du, ist viel schwieriger gewesen? Oh Du hättest mich aktivieren müssen Okay Okay Los Alter Aktivierst du einfach nicht, weißt du? Einmal verlass Irgendein Bug Einmal verlass Das war irgendein Bug Mhm So Ich springe, dann willst du springen Mega, du kannst ruhig mal Ich aktiviere hier die ganzen Dinger So Zack, 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 zack Na, komm aus dem Quark So Hier oben So lang Ja, ich bin fast schneller als du, ne? Ja, und jetzt machst du mir die Tür auf Korrekt, danke Oh, bei mir ist ein Fenster offen Lol, was ist denn jetzt hier? Sind ganz viele Hüte Lol Alter Wie cool und jetzt Was ist das denn jetzt? Wir müssen hier ein Brot eingeben Ja, ja, warte mal Wir haben jetzt hier voll viele Guck mal Hüte Ich nehme auch voll viele Hüte Ja, safe Sieht doch voll krass aus Gleichzeitig Hier war ein Headremover Welchen nehme ich jetzt am besten? Ich nehme die Krone, weil ich ein König bin Zack Oh, das ist noch die Krone Das ist doch, das ist doch eine Dingenskrone Was? Oh, warte Ja Habe ich die jetzt? Ne, ich habe die nicht So, jetzt habe ich auf jeden Fall die Königskrone an Ey, ich kann die bei mir gar nicht aufsetzen Und du siehst aus wie so ein Wolf Gar nicht So, jetzt müssen wir den Code eingehen Ich will auch die Krone Warte mal, ich sehe da was An der Tür, an der Tür ist das Siehst du auch die Tür, den grünen Knopf da? Ja, aber was ist der Code jetzt hier? 4, 3, 5 Aktivieren Ja Ja, sehr gut Okay, sehr gut Ich gehe jetzt hier nach unten, glaube ich Ja, okay, ich gehe oben lang Dann machen wir auf hier So, ich aktiviere gerade alle Teile Oh Gott Korrekt, korrekt, korrekt Ja, ich gehe rüber und aktiviere jetzt hier die Treppe Bam Wuppiu Und steh und streng Und korrekt Ja, 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 ja Danke Und zack Zack Wer jetzt drauf geht, ist schlecht Der zahlt 5 Euro Oh Gott Okay, ich habe es, ich habe es Oh Gott Okay, okay Pass auf hier, pass auf, kommt noch einer Oh mein Gott, okay Pass auf, pass auf Das ist noch der andere Ja, ja, sehe ich, sehe ich Also das ganze Ding ist noch mal Wir haben immer noch keinen Checkpoint, ne? Du musst jetzt laufen Ja, ich mache, ich mache, ich mache Und zack Und zack, okay Und Checkpoint aktiviert Hier nicht Checkpoint, aber hier Ich springe, ich springe Ich warte auf dein Kommando Dein aktiviert, dein aktiviert Ja, ich komme, ich komme Oh mein Gott Oh Gott Du schaffst das Oh Gott, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe Oh Gott Oh mein Gott Komm schon, komm schon Ja, oh mein Gott Was das jetzt hier Oh nein Wow Was, wir sind im Oreo-Land Ich bin runtergefallen Ich bin runtergefallen Als ob Das glaube ich nicht Ich bin wieder bei den Hüten Was? Okay, ich bin jetzt auf jeden Fall hier bei so einem nächsten Level Also wenn ihr davon noch ein Zweibad sehen wollt, Leute Dann lasst ein Like da Freunde, was für eine krasse Folge Wollt ihr einen Zweibadier von sehen Dann tut mir den Gefallen Lasst ein Like oder ein Abo da Und checkt eins von den beiden Videos aus Wie uns morgen nächsten wieder Dann wurde es stark Bis dahin Und ciao, ciao